Hallo bei mir im Küchengarten. In dieser Saison möchte ich etwas ausprobieren, was für mich ganz neu ist. Und zwar möchte ich meine Paprikapflanzen überwintern. Paprika sind ja beheimatet, so wie auch die Chili, im südamerikanischen und mittelamerikanischen Raum. Sie können theoretisch richtig schöne, große, mehrjährige Büsche werden. Aber hier in unseren Breitengraden vertragen sie die Kälte und den Frost überhaupt nicht und gehen natürlich ein. Ich hatte in diesem Jahr wirklich ein paar beachtliche Paprikapflanzen, von denen ich auch schön geerntet habe. Sogar noch jetzt Mitte November. Diese hier habe ich im Topf gezogen, weil ich im Freiland nicht mehr genug Platz hatte. Aber ich hatte auch in meinen Beeten einige Paprikapflanzen. Ich lege da immer besonders Wert, dass sie kälteverträglich sind und auch im Freiland möglichst zur Ausreife kommen. Aber das stört mich bei Paprikas immer sehr, dass sie eine sehr lange Entwicklungszeit haben. Und vielerorts, wenn man dann rote möchte, die ja von grün auf orange zu rot ausreifen, dann gar nicht mehr komplett zur Ausreife kommen. Deswegen mein Versuch dieses Jahr, die bestehenden Pflanzen, die ich schon habe, zu überwintern, sodass ich nächstes Jahr, gleich wenn die Saison nach den Eisheiligen im Mai losgeht, schon starke, große Paprikapflanzen habe, die schon eine Saison gesehen haben und dann hoffentlich auch mehr und reichlich ertragen. Außerdem erspare ich mir so die ganze Anzuchtgeschichte mit dem Saatgut, das vielleicht nicht so gut keimt und der Pflege und dem ewigen Umtopfen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, so hast du aber die ganze Wintersaison über Pflanzen im Haus, um die du dich kümmern musst. Aber bei mir beginnt ja die Aussaat von anderem Gemüse, wie zum Beispiel den großen Gemüsezwiebeln sowieso schon im Januar. Und da macht das nicht mehr viel mehr Aufwand, wenn ich da jetzt auch noch ein paar Paprikapflanzen stehen habe. Zuerst habe ich alle verbleibenden Früchte abgeerntet, die ich wirklich bis zum Schluss dran gelassen hatte, weil ich gehofft habe, sie werden noch rot. Aber auch so sind sie sehr schmackhaft. Leider, weil ich so spät dran war und es ziemlich stark geregnet hat, haben auch die Schnecken schon ihr Unwesen getrieben. Naja, damit muss man halt rechnen. Trotzdem war die Ernte noch sehr schön. Es ist wirklich ein Jammer, wie viele Blüten und kleine Früchte da immer noch dran sind. Es könnte ewig so weitergehen, aber jetzt müssen sie leider alle weg. Zum Überwintern muss ich die Pflanzen mit ins Haus nehmen. Also grabe ich sie vorsichtig aus oder ziehe sie einfach aus dem Boden, so wie diese hier, da die Erde sehr locker ist. Und schüttel den Wurzelbein gut aus, um ihn vom restlichen Substrat zu befreien. Dann kommt der Rückschnitt, hier seht ihr die Knoten, oberhalb denen ihr am besten zurückschneidet, denn von dort treibt die Pflanze nachher neu aus. Dann entferne ich alle Blätter und kleineren Äste und so sollte es am Schluss dann aussehen. Wichtig ist dann auch den Wurzelballen zu spülen, um verbleibende Schädlinge oder Bakterien zu entfernen. Eine recht meditative Arbeit. Zu guter Letzt bleibt dann noch den Wurzelballen, wenn er recht üppig ist, zurückzuschneiden. Und dann ist der erste Schritt doch schon geschafft. Das freigewordene Beet sieht dann so aus, recht abgesackt. Das werde ich jetzt neu mit Kompost mulchen und auffüllen und dann kann es bis zur nächsten Saison noch absacken. Der nächste Schritt ist nun das frische Eintopfen der zurückgeschnittenen Pflanzen mit neuer Erde. Da gebe ich zuerst etwas Küchenpapier unten in den Topf, damit mir das Substrat nicht durchfällt. Und dann setzt man die ganze Geschichte locker hinein, füllt es mit dem frischen Substrat auf. Und klopft das Ganze auch immer wieder ein bisschen fest, damit die Erde zwischen die Wurzeln fällt. Dann noch gut angießen, damit die Wurzeln sehr schnell wieder Kontakt zur Erde haben. Und an einem kühlen, hellen Standort überwintern, regelmäßig gießen. Und dann werden sie sehr bald wieder austreiben und bis zur nächsten Saison schon wieder schöne Pflanzen sein. Ich halte euch natürlich über die Entwicklung der überwinternden Paprikas auf dem Laufenden. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, ob ihr das schon mal versucht habt, wie eure Erfahrungen damit sind, ob ihr mir irgendwelche Tipps geben könnt. Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart, hier auf meinem YouTube-Kanal. Lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da und abonniert ihn, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch eine schöne Herbst-Wintersaison. Bis zum nächsten Mal hier bei mir im Küchengarten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018